assalamu alaikum leute was geht nur ein stadionvlog beim retto hd auf jeden fall leute ich muss jetzt auf jeden fall zum zug deswegen ziehe ich wie ein wichser um mein leben durch nur noch drei minuten auf jeden fall und ja leute auf jeden fall schauen wir mal wo ich als nächstes weiter vloggen werde auf jeden fall leute jetzt bin ich wieder da also jetzt kann ich in ruhe reden auf jeden fall leute nachdem ich mich jetzt zum zug gehetzt habe sind wir in münchen angekommen und ja auf jeden fall jetzt geht es ab zur flixbus station mein tipp für heute 22 ich glaube paris wird schaffen die gruppe zu überstehen mit glück wegen mbappé aber ich sage euch leute sind kranke spiel werden ich habe richtig bock auf jeden fall leute ich werde mich heute versuchen auf die erste reihe zu schlingeln weil ich sitze auf der austriere bühne vielleicht schaffe ich es mbappé zu treffen schauen wir mal leute auf jeden fall ich werde es versuchen leute schauen wir mal was wird vielleicht treffe ich wirklich mbappé scharf ein foto mit ihm was geisteskrank wäre aber ja leute jetzt erstmal irgendwie nach dortmund kommen mit dem flixbus sieben stunden und dann sehen wir weiter ja 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 m ich bin ja ich bin ja du ich bin Das ist so gut. Es ist ein sehr guter Mensch, aber es ist ein sehr guter Mann. Ich habe es nicht so gut, ich bin jetzt auch nicht so gut. Das ist ein Ruch. Das war's für heute. Jetzt geht's. Ego! 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 1 Ja, das war es. Go, 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 go Ich frage es doch den Bellen übrigens! Das ist der Bellen kommst! ... und die durchaus über die Aufmerksamkeit! HALTI! HALTI!!! HALTI!!! Leer, du bist! Leer, du bist, du bist! Das ist ein Schwerter. Das ist nicht für die Polizei. 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 Und das ist die Polizei. Ich bin ein Schwerter. Das ist eine Schwerter. Das ist nicht für die Polizei. Das ist eine Art Schwerter. Das war's für heute. Mein Gott, Torhüpperkant! Torhüpperkant! Ganz ansteht's! Mein Gott, Torhüpperkant! Auf jeden Fall Gorkon und Paris-Walter, Leute! Guck mal, Gorkon und Paris-Walter, Leute! Guck mal, Gorkon und Paris-Walter!